nun so willkommen zurück bei Krono Trigger wir sind immer noch im Schloss nach dem Malle auf ganz verraten hier verschwunden ist und wieder allein gelassen wurden immer lässt uns allein ja ich weiß, ich kündige was Krono Pust, Keusch, du bist okay hast du sie gefunden? weg? was heißt das? sie ist weg hm dann hatte ich richtig vermutet ich wusste, ich kenne sie und das hier sieht genau wie das Schloss in unserer Zeit aus ich wette, sie haben dieses Mädchen für seine Vorfahren gehalten weißt du, sie gehört zur Königsfamilie unserer Zeit sie ist Prinzessin Nadja jetzt bin ich über Boff das heißt Prinzessin Nadja ist eine Nachfahrerin Königin Lenas Königin Lenas wurde entführt soweit ich weiß, wollte sie jemand gerettet haben aber die Geschichte wurde verändert Marle sieht Lena so ähnlich, dass sie ihre Suche aufgegeben haben, als sie hier auftauchte aber wenn die wahre Königin getötet wird dann wird Marlen einfach verschwinden vielleicht ist aber noch nicht alles verloren wenn wir Lena retten können sollte die Geschichte bleiben wie wir sie kennen und hier muss muss der Königin etwas zugestoßen sein da ist auch Prinzessin Nadja in Gefahr Beeilung wir müssen die echte Königin finden dann suchen wir jetzt mal die Prinzessin schrägstrich Königin oder müssen wir schon wieder durch den Dschungel na, geht doch schon weiter eigentlich durch gar nichts von der Energie versiegelt ok und das geht weiter mit Level Action ja, also für Kohl ist nie Kohl, Rolly weiter, keine Probleme mehr für Lukas in Sonnenherausforderung aber ich glaube die sind auch Level 1 oder so die Welt ist viel und sich wieder die Unterkunft verloren das ist viel nix besseres wird ja sein Busch zu hocken und die Unterkunft zu verlieren ja und die nächsten geht mir auf die Nerven sie sich mit Steine nach mir und vielleicht rum ey, ich pack's nicht blöder hink ach ja ich hab mir noch was größeres was mehr Prozent mehr Erfahrungspunkte bringt was ne Herausforderung ist denn so kleine Wichte ist das wenn wir in der Falle und so kleine Zwergen und wechseln Luca lernt Feuer wie Wolf da hat sich nicht Feuerwehr wieder gelernt also auch Luca kann jetzt Techniken einsetzen hm, wieviel Geld haben wir da eigentlich? 500 hm, was ich mir mal Luca aus pff, wenn wir also in meinem Namen noch nichts hm ehemals dieser Kirche oder was es sein soll Katastrolle vielleicht kann uns Gott sagen, um die Königin Hinz wir wollen nichts nichts als den Weltfrieden oder einen Weltfrieden welten Friedhof welten Friedhof, ok die Leute wüssten wüssten in einer wahrhaft friedlichen Welt nichts mit sich anzufangen oh, was für ein lecker äh ich meine nett aussehender Mensch mögt ihr zum Orgel 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 nicht da bleiben es ist wahrhaft tödlich tut mir leid, aber Pinle ist nicht der stärkste hoffe das wird sich noch besser oje ihr könnt eine ein wenig zu essen vertragen und einen Ort zum ruhen das war nicht mehr so ein Punkt was gefunden eine Haarnadel kündig kündiges Wappen was zum doch was ist das denn Feuerwirbel so sieht er noch also ohne gut aus die erfahrung hätte ich nicht gerne wollte ich nicht eigentlich machen was war das für eine Killerattacke ein Schaden oh mein Gott komm weg so jetzt haben wir auch die vier Schachteln besiegt und das war knapp waren noch so eine war und frosch wer ist seine entdeckung vernachlässigt erlaubt den feind zugriff seit ihr zur rettung der der Königin hier der Hort ist tief drin kommt ihr mit mir ein frosch krone ein sprechender frosch ich hasse frösche meine gestalt erweckt wohl nicht euer vertrauen gut wie ihr wollt ich rette die Königin warte warte du bist scheinbar ein kein keine böses person frosch ding ich meine chrono was meinst du in dem frosch geht natürlich der frosch ist cool ich muss ich muss eben damit auch umgehen äh mit ihm wie heißt du frog frog ist in Ordnung gut nett ich kenn sie lernen mich stinkt in der Nähe verbirgt sich eine Tür suchen wir danach ja und wo diese Tür ist das sehen wir beim nächsten Mal